Jetzt wurde ja von der Opposition suggeriert, dass Sie selbstmöglicherweise auch um Inserate gekeilt haben, ähnlich wie es auch dem Landeshauptmann unterstellt wird. Ist da etwas dran? Ich war nicht der Inseratkeiler. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte das Glück, aber ich stehe voll zur Verantwortung insgesamt für meine Ortsgruppe. Ich hatte das Glück, dass ich mich auf meine Arbeit als Bürgermeister konzentrieren konnte und das auch in den Wahlkämpfen. Wer mich kennt, wie ich gearbeitet habe, auch in den Wahlkämpfen, weiß das. Ich konnte mich voll auf die Arbeit im Rathaus konzentrieren. Natürlich hatte ich Wahlkampfeinsätze und, und, und. Das war ein Privileg, aber das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie zurückstehe und sage, das sind andere verantwortlich. Ich, wenn ich in der Zeitung lese, Kurt Fischer, Bürgermeister, Klammer auf, ÖVP, Klammer zu, Lustenau, ich stehe voll zur Verantwortung. Das Inserate haben Sie nicht zu unternehmen. Ich bin nicht für Inserate zuständig. Das ist nicht zu unternehmen. Vielen Dank.